So, jetzt bin ich auf dem Weg nach Dresden in die Klinik Friedrichstadt. Musst mal zur Kontrolle, ne, weil alt und rostig und werde bekleidet von der Hippo-Oma. Cool, jo. Cool, jo. So, ja, heute ist nicht ganz so warm, es ist ganz gut. So, naja, ich habe jetzt noch etwas vor mir und halte mich auf den Laufenden bis später, ne. Los krochen!